Oh, 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 Pause, 700, Pusen, ganz schnell. Ja, diese neue Sprunggewandtheit hier, ey. Die hat auch, oh, alter. Alter, was sind hier für Pocktruppen auf dem Arsch, ey? Würde die Bandi? Selbstverständlich. Johnny Heidelhofer, so viel Unwachsen, ey. Dennoch hier diese Paragor-Orks. Boah, voll liebende Weggeräusche. Weißt du, die... Boah, Headshot, eine, eine, andere, andere nehmen. Was mach ich, was mach ich, was mach ich. Was wenn du nicht mehr aufstehen willst? Was für nicht mehr aufstehen? Alter. Wohl. alle weg und zwar auf diesen karl oder tüby reiten aber das kann ich erinnern wo der durchstimmst ich werde nicht geschuftet da muss ich mir wohl mein weg durch kämpfen hat sich was bewegt ja genau er hat sich was bewegt doch ist das geil alter die elbenhut ist das beste was es gibt 150.000 orks eine sekunde die stürmen in den höhlen ganz sicher Alter, zerstückelt erfolgreich. Er brennt immer noch. Er brennt schon wieder. Die tauchen immer auf, wenn man die nicht braucht. Er brennt immer noch. 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 Oh, jetzt haut er wieder ab, ja. Kleines Feigling. Vergiss es. Der hier wollte unentdeckt bleiben. Einer von Mordor aus Mäuchlern. Es werden mehr kommen. Oh, neuer Umhang. Sechser. Na gut, der Sechser, der hat halt... Ja, ich muss den Sechser-Umhang, glaube ich, nehmen. Wird besser. Glaub ich jetzt mal runter, gehen wir das Ding holen. Da kommt so'n Scheiß-Boss aus. Schleichen und killen, das ist immer mein Ding. Es ist leicht, die Orks als Bestien abzutun, doch ihre Grausamkeit und List hilft ihnen dabei, im Krieg zu bestehen. Auch ihre Waffen erscheinen eher primitiv, doch sie erfüllen ihren Zweck. Mit einem harten Schlag auf den Kopf lässt sich jeder Schädel spalten, ob mit Stahl aus Gondor oder dem rohen Eisen der Orks. Diese Keule ist viel älter als das, was wir sonst auf dem Schlachtfeld finden. Der Ork, der sie stahl, kannte wohl kaum ihre Geschichte. Die Drecksviecher haben mich vergiftet. Dieser Weg wird kein leichter sein. Oh Mann! Was? Ab dem will ich nicht kommen. Hören können sie dich aber! Ich sag ja nur man muss auch still sein! Aber ich sag ja nur man muss auch still sein! Was? Ich hoffe der Körer von seinem Land? Was ist das? Das ist so geil, ey. Diese Geisterermordung, das ist auch cool. Hier bin ich. Ja. Gott sei. Ich glaube, der hat zu viel im Kopf gehabt, deswegen. Ich bin fünf. Ich bin fünf. Ich bin fünf. Es geht keinen Happen von den großen Spinnenbeinen. Ja, scheiße. Halt mit. Wollte ich hier morgen sprechen. Karl. Hat mir gerade Karl gesagt? Ja. Auf zum letzten. Das mache ich alles eben. Mal erst mal auf den Weglicht. Hauptmissi. Was? Probier es aus und schau was passiert. Groog. Was? 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 Das war's für heute. Ja mein Freund, du warst ja ziemlich easy, wa?